Ich bin Mareike Felsch, Künstlerin aus Berlin und habe mich dies Jahr auch beworben für die Kunsttage Rhein-Erft-Kreis. Leider finden die ja nicht statt, wie wir alle wissen, was ich sehr schade finde, gerade weil ich das erste Mal jetzt dabei gewesen wäre. Aber so habe ich zumindest die Möglichkeit mit Ihnen jetzt hier in Sanssouci spazieren zu gehen, was ja auch nicht schlecht ist. Ich wohne nur zwei Minuten von hier entfernt und hier wollte ich Ihnen einfach zeigen, was mich inspiriert. Ich bin fast jeden Tag hier und genieße diese unglaubliche Vielfalt und Farbenpracht und die Blumen, die Natur, dieses ganze Arrangement. Und fahre dann da drauf in mein Atelier nach Berlin, was wirklich mittendrin ist. Und da fließt dann einfach alles automatisch wieder aus mir heraus, diese Farben und diese Blumen. Und ich muss dafür überhaupt nichts machen. Das ist einfach automatisch. Das kommt rein und geht wieder raus. Und das ist das Schöne. Ich habe mich dies Jahr mit einem Bild aus der Serie Wonderland beworben und zwar mit dem Bild Zeithaben. Zeithaben ist für mich immer schon ein großes Thema gewesen. Das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, sondern mir geht es einfach um diesen Zustand, um dieses Runterfahren in unserer hektischen Zeit, um dieses Genießen trotz allem. Und für dieses Bild habe ich eine Vorlage genommen aus den 20er, 30er Jahren, eine badende. Und die habe ich eingebettet in genau denselben lebensfrohen, blumigen, bunten Rahmen, in dem ich auch meine anderen Figuren in den anderen Serien einbette. Das hat immer was Ironisches auch, was Surrealistisches, was Poppiges und das macht einfach Spaß. Ich nenne meine Technik Collagen Malerei. Das habe ich mir sozusagen selbst ausgedacht oder selbst entwickelt. Ich benutze dafür Vorlagen, die ich überall finde. Natürlich im Internet, aber auch in Bibliotheken oder auf Flohmärkten habe ich schon wahre Schätze gefunden. Und zum Beispiel diese Serie mit den Frauen aus den 20er, 30er Jahren kommt von einem Buch, einem Pfund vom Flohmarkt. Und die setze ich dann auf die Leinwand mittels Transfertechnik, rühre Pigmente an oder nehme auch Acrylfarben und schaffe so die ganze Komposition. Aber ich würde sagen, das ist immer so schwer, über Bilder zu reden, die man nicht sieht. Fahren wir einfach ins Atelier und gucken uns das alles an. Ja, hier sind wir angekommen. Ich komme jetzt in meinem Atelier, mitten in Berlin. Ein wunderbares, sonniges Atelier. Hier ist mein Arbeitsplatz. Das ist das Material, was ich unter anderem benutze. Diese tausenden von Servietten, aus denen dann meine Bilder entstehen. Wie hier zum Beispiel dieses Bild Zeit haben. Mit dem Motiv habe ich mich ja beworben für den Rhein-Erft-Kreis. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es wirklich ein zentrales Motiv auch war für mich, weil daraus eine ganze Serie entstanden ist von Bildern, die man hier sieht. Und alles dreht sich hier um die Frau, die trotz allem genießt, Zeit hat, mit Kontemplativität das Leben betrachtet. Als ich vor einiger Zeit auf der Artpool in Köln ausgestellt habe, hat der Kurator Job Hellens bei seinem Kunstrundgang eine ganz tolle Rede über meine Bilder, meine Kunst gehalten. Und er kann das eigentlich wie kein anderer ausdrücken, was die Intention ist, aber vor allen Dingen, was die Wirkung ist, die meine Bilder erzielen. Und deswegen würde ich ihn sehr gerne jetzt einmal kurz selbst zu Wort kommen lassen. Es ist eine Aufgabe der Kunst, Mut zu machen. Es ist eine Aufgabe der Kunst, uns auch Räume zu geben, in denen wir einfach mal genießen können. Und das ist etwas, was ich tue, seit ich die Arbeiten von Mareike fällig sehe. Es geht nicht nur um innere Auseinandersetzung. Es geht auch um Trost. Es geht auch darum, dass Kunst uns tatsächlich die kleinen Auszeiten liefern kann, die der Alltag uns nicht mehr liefert. Die uns innere Rückzugsorte zeigt, an denen wir heilen können. Kunst muss nicht nur im Kopf wehtun, sie darf auch ganz einfach mal im Herzen Freude machen. Mareike, fällig dir. Ja, ich glaube, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, mich zu bedanken, natürlich bei Joe Hellens für diese schöne Rede. Aber in erster Linie natürlich beim Rhein-Erft-Kreis und bei meinem Sohn Bela für das schöne Video. Ich hoffe, es hat euch gehalten, dass wir jetzt noch nicht zu sehen.